Da sind wir wieder, in der Windbreak Happy Fun Time! Wie bald die Okami Happy Fun Time wird! Hoffentlich! Wir haben ja rausgefahren, was hinter die Tür ist. Vielleicht Okami, bitte Okami, bitte Okami! Was ist Okami denn? Okami! Obwohl, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Mondvolk. Vielleicht haben wir Glück. Sieht immer noch ganz gut aus. Ja, das ist vom Mondvolk. Oh fuck, das ist Final Fantasy 4. Oh scheiße. Hi, Miss. May I give you a hand? Or two? Oh god. I have my eyes on you. High five! Oh gut, warum hab ich ausgelistet? Settle down guys, I've got a hundred of these. Ich mag die Musik hier, ist toll. Entschuldigung übrigens, das ist weder Okami, das ist auch nicht Okami denn, das ist auch nicht, was auch immer. Ich hab sonst noch gesagt, aber das ist nie hier. Uaahhhhhh! Alter Schwede. Bomben Teppich. Weniger Teppich und mehr Bomben. Insel Bombier. Ich weiß, danke. Du weißt, dass der Bomben ist eigentlich Chris. Verdammt einfach. Aber warum er doof ist, werdet ihr wahrscheinlich noch sehen. Bomben Teppich! Ja, die Sache ist nämlich bei diesem Viech die. Man braucht verdammt viele Pfeile. Die hat man normalerweise auch nicht. In anderen Worten. Man braucht nämlich ungefähr, wenn man es immer trifft, braucht man 24 Pfeile. Und auch nicht. Aber, weil der Boss so unglaublich nett ist, schenkt er immer, AUSCH, schenkt er immer, wenn man keine Pfeile mehr hat. Zehn Pfeile. Das hat übrigens einen Grund. Weil das hier nur ein Test ist. Er würde uns ja eigentlich nicht wirklich umbringen, aber ich würde gucken, ob wir es hinkriegen würden. Wenn wir dabei sterben, war es umso geschützt. Ja. Hochgelaufen. Aua. Kollateralschäden und sowas. Ich brenne. Ich bin heiß. Bzzzt. Aua. Bzzz. Bzzzt. Se*** bzzzt. Bzzz. Was auch? H-h-h-h-h-h-h Dem двух wäre das nicht passiert. Und damit hat sich das erledigt. ja wir haben den Zummergötterall geschafft und dadurch sind wir zum God of War gestiegen und damit kann uns das Schicksal scheiß egal sein Leute wir sind zum God of War gestiegen scheiß wir sind im God of War gelandet da kommen noch zwei Spiele hinterher du bist gerade mal ein Drittel fertig Login irgendwas sagen wir das möchte ich gar nicht haben das Ding ist voll riesig er mag dich vor allem ist es geschrumpft da 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 ich war ein Fantasy Fanfare wir haben einen Bossplatt gemacht Achso! Au! Mensch, wie ihr da reingeschnitten werdet? Gibt doch! Dadoo-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh-deh... Plopp! Zeig! Thank you! Ey! Das muss eine coole Aussicht von hier sein... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, hi! Ich glaub, jemand sollte mal die Uhr wieder aufziehen. Aufziehen, oder so auch mal. Look at my sword! Irgendwo da ist ein Rabbit! Mach dich fertig, mach dich fertig! Ey, schnell, hol das Boot nach oben! Wir sollen ein Foto von euch machen! Wenn ich ein Foto haben möchte, dann haben wir von jemanden cool! Press A! Will ich nicht! We have to! So! Muss ich nicht! Scheiße, ich muss doch! Du musst dir das Rätsel vorkauen lassen, tut mir leid! Kein Selbstlösen im Wind Waker! Selbstlösen ist blöd! Selbstlösen ist verboten! Er löst seine Rätsel schon selbst! So! Ähhh! Link! Weißt du, ich verstehe nicht, warum manche Leute mit diesem Puzzle echt Probleme haben. Ist das nicht mal ein wirklich gutes Puzzle? Oh doch! Ich hab mich angeschlossen! Oh crap! Ey, was für ein Glück! Ein geheimnis hat sich geöffnet. Aber wir werden erst später sehen können, was sich darunter befindet. Noch eine etwas kürzere Episode. Whatever. Ich bin Aether und mein Bruder Alana. Das ist, das ist dann. Das ist dann. Das ist dann. Blech. 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 Blech.